Die Gefallenen im Archiv gehörten zum Haus des Winters. Ihr Kell, Draxis, wird schon seit Jahren von den Hütern gejagt. Wenn diese Berichte stimmen, hat er seinen Kommandoposten in einem Höhlenetzwerk oben in den Schlacken. Wenn die Geheimnisse der Akademie geschützt bleiben sollen, müssen wir ihn ausschalten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das muss der Weg in ihr versteckt sein. 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 Diese Höhlen reichen viel tiefer als ich dachte. Da drinnen könnte es tausende von Gefallenen geben. Nein! Nein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. Das war's. Die Wache ist erledigt. Der Kell muss in der Nähe sein. 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 Irgendwo muss in der Nähe sein. Wir müssen in der Nähe sein. Der Kell muss 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 in der Nähe sein. ... Der Kell muss in der Nähe sein. Der Kell muss in der Nähe sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Draxis war eine regelrechte Plage. Wenn Häuser ihren Kell verlieren, kommt es oft zu Machtkämpfen. Vielleicht können wir die Akademie endlich aus ihren Klauen befreien.